Sie können innerhalb von Ilias vorformatierte Textblöcke in Ihrem Textmediaeditor einbetten. Wenn Sie in Ihren Kurs wechseln und so etwas wie hier haben möchten, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie auf Textmediaeditor und wählen Sie über das Pluszeichen den Punkt Block einfügen aus. Und wählen Sie die Art des Blockes, die Sie einfügen möchten. Wir hatten hier gerade den grünen Block eingeblendet, Exkurs. Es gibt den Block Spezial, Zusatz und so weiter. Dahinter stecken keine Funktionalitäten an sich, sondern nur unterschiedliche Formatierungen. Ich möchte hier jetzt noch einen Block einbinden, der sich dann Spezial nennt. Klicke auf Speichern und durch das Anklicken des Pluszeichens innerhalb des Blockes kann ich hier dem Block noch Text hinzufügen. Das mache ich einmal Text einfügen, anklicken. Und ich habe hier Text in der Zwischenablage, den kopiere ich da hinein. In diesem Fall klicke auf Speichern und habe diesen roten Block ebenfalls angelegt. Ich wechsle jetzt über den Menüpunkt zurück in meinen Kurs. Und Sie sehen, Sie haben darüber jetzt einen roten Textblock angelegt. Der grüne ist natürlich auch noch da. Wenn ich das Ganze löschen möchte, also umgekehrt, dann klicke ich erneut auf Text Media Editor, klicke in das Textfeld hier hinein, sage Löschen. Ja, möchte ich wirklich löschen. Überbleibt der grüne Block, der ist leer. Um den zu löschen, klicken Sie ebenfalls noch einmal in den grünen Block hinein, sagen Löschen. Okay, grüne Block soll gelöscht werden. Wechsle auf den Menüpunkt zurück und habe den grünen Block gelöscht und nur noch den roten Textblock überhalb meiner Dateien.